Diese hier zum Kauf angebotene sanierte 3-Zimmer-Erdgeschoss-Wohnung befindet sich in Düren. 1965 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer und einen Keller. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Bei einer Wohnfläche von ca. 117 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Erdgeschoss-Wohnung auf 129.500 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.